Hey Leute, wie geht's? Was ist das? Oh mein Gott. Wirbels, wieso? Und was tut ihr in diesem Haus? Dad! Das ist ein Halloween-Ding für Kinder, was soll... In diesem Haus wird es kein Halloween geben. Hast du verstanden? Es ist verboten. Verboten? Was zum Teufel war das? Gar nichts. Du hast nur Halloween. Das ist alles. Ja, das würde ich auch so sehen. Aber das gibt ihm doch kein Recht, meinen Kürbis zu zerschmeißen, nicht wahr? Oh gut, ganz ruhig, Douglas. Das ist ein Kürbis und keine Tiefkühlpizza, okay? Ich verstehe dich nicht. Wir feiern nie Halloween. Wieso regst du dich darüber so auf? Das werde ich dir sagen, weil Deacon Kirby herbringt. Jetzt muss ich los und noch so einen Kürbis kaufen. Und eine Tiefkühlpizza. Oh, 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 oh. Ich kaufe besser keinen neuen Kürbis-Dag. Warum nicht? Lass es einfach. Wieso denn? Nur weil Rumpelstilz ihn erst verboten hat? Wieso willst du ihn denn so aufregen? Ich meine, Kirby kann überall Kürbisse sehen. Die Stadt quillt ja regelrecht über von Kürbissen. Darum geht's überhaupt nicht. Ich hab nur seine ständige Verbieterei satt. Er hat uns dazu gezwungen, einen amerikanischen Videorekorder zu kaufen. Das Teil hat nur 24 Dollar gekostet und es funktioniert. Oh ja, ganz toll, wenn man die Tasten zurückspulen und Wiedergabe nicht braucht. Nicht zu vergessen. Keine roten Kugelschreiber, kein französischen Weichkäse und vor allem kein Mais aus Bootswander. Ach, ich will das jetzt, was soll's. Er hat ein paar Schrullen. Ist das etwas Neues für dich? Ich hab's einfach nur leid und irgendwann muss ich ja mal jemand gegen diesen Irren wehren. Und weißt du was? Das werde ich tun, indem ich einen Kürbis kaufen gehe. Oh, das ist dein Widerstand. Dein Widerstand ist ein Kürbis. Ja, genau. Welthunger interessiert dich nicht, aber mein Vater, das ist deine Mission. Es geht sicher um beides, aber jetzt konzentriere ich mich auf deinen Vater. Tag, Schatz, ich bitte dich, ich flehe dich an, wenn du dich schon mit meinem Vater anlegst, dann aus einem anderen Grund. Das ist es doch nicht wert. Na gut. Okay. Danke. Was machen die Kip-Tales hier? Auch verboten!